hallo ihr lieben so ich bin angekommen und ich bin schon in den bergen geschaut wunderbar ich bin jetzt in kilani nationalpark das ist im county kerry im südwesten von irland und hier probiere ich ein paar wanderungen aus weil ich ja eine wandergruppe führe die dann in zehn tagen oder sowas kommt und jetzt gehe ich einfach schon mal die wanderung das wetter ist heute auch sehr irisch gerade scheint die sonne aber ihr seht die wolken hängen drüber also das könnte heute wieder ein schöner mix an wetter werden so ihr lieben ich bin jetzt schon auf dem rückweg von meiner wanderung in hax glenn das ist ein tal in den mckilligoddy reeks das sind das ist die höchste bergkette von irland und hier liegt auch der caround two hill der höchste berg von irland und ich habe hier eine kleine rundwanderung gemacht ich gehe zu zweieinhalb stück zu zwei bergseen die unterhalb des caround two hill liegen also kann man empfehlen das ist ganz einfach zu erreichen man hat am café croissant und von da aus ist dieser rundwanderweg ausgeschildert okay das war ein super erster tag ausgeschildert 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 ausgeschildert